Hallo, ob ich Ihnen helfen kann? Na, selbstverständlich. Wobei, kann ich Ihnen denn helfen? Sie suchen für so ein kleines Wellness-Paket für eine Freundin, ein paar Kleinigkeiten. Ja, wollen wir zusammen mal schauen, ob wir was Schönes zusammenstellen können? Ja, das freut mich, wenn ich Ihnen helfen kann. An was hatten Sie denn so ungefähr gedacht? Okay, ja, da kriegen wir was hin. Ja, ich helfe Ihnen gerne, das ist mein Job. Okay, da fangen wir mal an. Haben Sie Interesse an, dass auch ein Deodorant dazukommt? Oder, ja. Okay, da zeige ich Ihnen mal zwei Produkte. Das eine ist unsere Eigenmarke und das andere ist von 8x4. Ich zeige es Ihnen mal, ja. Als erstes hier das. Das ist ein sehr, sehr, sehr angenehmer Duft und ist auch Aluminium-frei. Das kann ich Ihnen ans Herz klicken. Da wird sich Ihre Freundin sehr freuen, weil das ein sehr, sehr schöner Duft ist für ein Deo. Das kann ich noch nicht diagnosieren. Das kann ich Ihnen n tuegen, der ist also periods der In farms. Das wird aber auch Walt朋友 mitfüm購ben. ... Ich sprühe mal mit dem Tester, da können Sie mal selbst zwischenmutter halten, bilden, ja. Und dann zeige ich Ihnen noch das zweite Deo, das ist eins meiner Favorites, das ist hier von 8x4. Okay, es ist auch relativ neu auf dem Markt. Das gibt es auch in verschiedenen Sorten, also ich mag das Blaue sehr, sehr gern. Ich lasse Sie mal am Tester riechen. Sehr angenehm, oder? Ja. Sie würden beide nehmen, das finde ich super. Ich habe schon, gucken Sie mal bitte kurz, ich habe für Sie schon eine kleine Kiste verraten gestellt. Da können wir alle Produkte, die Sie kaufen wollen, schon mal reinmachen. Die könntest du dann auch verwenden, als Geschenkbox, ja. Dann tun wir mal beide Produkte rein. So, ich stelle die hier an die Seite, damit Sie auch so einen kleinen Überblick haben, was wir schon drin haben. Ja, super. So, und was möchten Sie denn noch? Okay, für die Haare. Also ich habe zwei Produkte, einmal, wenn ihr auch vorhin ein bisschen spliss anfälliges Haar, da gibt es so ein Glässe hier so, an die Splisswunde. Ja, das verwende ich auch, so meine Haare gehen. So sieht es dann bei mir aus. Na gut, ein bisschen Spliss. Aber es geht. Da sprüht man noch ins feuchte Haar, so ein hochtrockenes Haar, dann sprüht man das dann rein. Also ich würde es persönlich jetzt weniger am Ansatz sprühen. Und ich spüre das immer in die Längen, weil ich persönlich finde, wenn ich das in Ansatz spüre, dass meine Haare schnell erfetten. Also das kann ich Ihnen nur empfehlen. Das tun wir auch in die Kisten. Gute Entscheidung. So, da wir ja gerade bei den Haaren sind, hat ihre Freundin glatte Haare, wellige Haare, wellige Haare und sie trägt sie glatte. Da hätte ich tatsächlich auch ein Produkt, das ist hier auch von Glässe und Hafte zusammen. Das ist eine Glättungscreme für geschmeidige, glatte Haare, die sie 20 Zeit gehen machen. Und ich muss sagen, das ist vom Duft her eins der angenehmsten Produkte, die ich seit langem... gerochen habe, sehr, 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 sehr angenehm, genau hier oben steht, glatteres Haar ohne Glätteisen. Ich bin eh kein Freund von Glätteisen. Okay, du wirst in Ihre Gäste mit rein. Gehen Sie häufiger zu DM oder hier in die Filiale? Okay, ich habe sie noch nie gesehen. Ja, okay, dann muss ich mal das nächste Mal ein bisschen genauer gucken. So. Was möchten Sie denn noch? So Augenpads. Okay, da kann ich Ihnen was empfehlen, auch von unserer Eigenmarge. Ich muss aber sagen, ich verwende auch gerne Augenpads. Aber ich bin persönlich kein Mensch, der an die große Wirksamkeit glaubt. Aber Schaden wird es auf jeden Fall nicht, wenn man es verwendet. So, und auch in Ihre kleine Gäste rein. Okay. Zum Ende desinfizieren. Also, ich habe, das ist so ein, wie so ein, das hat so eine Handreinigung und ich liebe, 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 liebe diese Handreinigung. Die hat so einen extrem tollen Luft. Die kann ich Ihnen mal ans Herz legen, weil die echt mega heiß. Ich prob mal. Riechen Sie mal. Super, na. Das ist so ein Orangenduft. Das ist, also das ist ein sehr, sehr schöner Duft. Der wird Ihrer Freundin gefallen. Und ich finde, den kann man immer in der Handtasche haben, wenn man mal draußen unterwegs ist, sich nur die Hände waschen kann. Wenn man aber einen kleinen Snacker isst, dann hat man nicht die dreckigen Hände am Essen. Wischen Sie auch. Das finde ich super. So, dann möchte ich Ihnen noch was empfehlen. Also, wir haben eine Reinigungsbürste fürs Gesicht. Das ist so ein guter Ersatz für eine elektrisch. Ich habe so eine von Braun und die gibt es aber auch, dass gerade wenn man in Urlaub fährt, kann man die mitnehmen. Und die hat hier so eine Loppenseite und hier so eine Bürstenseite. Orangenduftendes Und das ist so ein ключ 1994 Riechen. So, das ist, alsoもの man, die Person und von mir jedoch kann man nicht stellen. So, wenn jemand steht, dann von mir ist, dass ich Frommach Tutaj habe seit Homemachione gesehen. Das ist gut, wenn man war lagi. Das ist nicht so ein Überschiums noticebar. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Also diese Bürste kann ich verreißen ihrer Freundin nur ans Herz legen. Also ich würde sie an ihrer Stelle kaufen. Das ist sehr, sehr toll. Die ist auch ganz reich. Super. Verwendet ihre Freundin Mascara. Ja, dann habe ich eine ganz tolle, die verwende ich selbst. Das ist hier Sky High. Ich zeige Ihnen mal die Bürste. Das ist für mich eine der besten Wimpern, die es in diesem Moment gibt. Die Verklumpen nicht und für die Marte. Schöne Wimpern. Und ist auch vom Preis attraktiv. Unter 10 Euro. Ich habe schon verstanden. Packen wir auch ins Kästchen. Dann würde ich sagen, vielleicht noch, ich zeige Ihnen zwei Lippenstifte. Die sind eher so, wie sagt man, eher so, gel. Wenn Sie. Das ist so ein zartes Lila. Ich zeige Ihnen nur einen anderen. Das ist so ein Pondon. Das ist so ein Pondon. Sie wünschen lieber den braunen Ton. Gefällt mir persönlich auch besser. Kommt in Ihr Kistchen rein. Dann würde ich Ihnen noch so eine kleine Highlighter-Palette empfehlen. Ich trage die auch immer auf, weil ich die wirklich, wirklich sehr, sehr gerne mag. Ich öffne das mal kurz, das ist ein Test. Das sind die vier Farben. Das macht mich dann hier so ein bisschen auf die Wangen. Das macht mich dann hier so ein bisschen auf die Wangen. Ich habe schon verstanden, die wollen es auch gerne haben. Die ist wirklich tippitoppig. Also wie gesagt, ich mag die auch gerne. Und genau, ich würde Ihnen noch was für die Haare empfehlen. Das hatte ich vorhin draußen Augen verloren. Wir haben hier von Revlon so ein Haaröl. Das finde ich ganz gut. Ich öffne das mal, damit Sie sehen, wie die Konsistenz ist. Das ist ein Haaröl. Ich mache es Ihnen gerade noch ein bisschen mehr in die Haare, damit Sie mal selbst ein Feeling dafür kriegen. Ja. Das ist ein Angenehm, der Duft ist auch total fein. Kommt in Ihre Gäste. Und ich habe noch eins, weil das finde ich auch, dass ich im Bad ganz süß. Deswegen zeige ich das Ihnen noch. Das ist so ein... Das sind lauter so Make-up-Schwämmchen dran. Und da haben wir ja die Make-up-Schwämmchen eigentlich viel zu lange, traurigerweise verwendet. Und man die eigentlich viel häufiger wechseln soll. Bietet sich sowas an, weil da wird man wirklich verleitet, sie endlich mal zu wechseln, weil man so viel hat. Und da wird man so viel haftet. Ich glaube nämlich, dass wir die Schwämmchen zu wenig wechseln und wir reinigen sie ja auch nicht. Also ich sehe es bei mir selbst, meine müsste auch schon lange gereinigt werden, deswegen, ich finde das eine Top-Sache. Ich habe jetzt einen Schweres-Aber-Ein-N-I-S-Aber-Ein-I-S-Aber-Ein-I-S-Aber-Ein. Ich habe jetzt eine Zwischen-Aber-Ein-I-S-Aber-Ein-I-S-Aber-Ein-I-S-Aber-Ein-I-S-Aber-Ein. Ich habe jetzt noch alles, dass ich in der Zeit noch mal wieder ausüben kann. Das war's für heute. Okay. So. Das waren für so ein kleines Wellness-Paket meine Empfehlung für Sie. Ich zeige Ihnen mal das Gästchen, was wir jetzt haben. Sollte ich. Gut gefüllt. Das möchten Sie jetzt auch alles haben. Ja, das freut mich schon. Ich habe schon, während ich es in die Kiste gepackt habe, schon eingescannt. Und die ganzen Sachen kosten zusammen. 48,87 Euro. Bezahlen Sie mit Karte. Ja. Ja. Können Sie gerade Ihre Nummer eingeben. Super. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.